Stop Motion ist eine Filmtechnik, die verwendet wird, um reglosen Objekten neben einzuhauchen. Und das Beste daran ist, dass du so ein Animationsfilm mit wenigen Mitteln auf deinem iPad drehen kannst. Das Prinzip ist ganz einfach. Du nimmst viele einzelne Bilder auf und spielst diese schnell hintereinander ab, sodass sie für das menschliche Auge aussehen wie eine durchgehende Bewegung. Schauen wir uns das einmal in der Praxis an. Ich möchte dir zeigen, wie du mit der App Stop Motion Studio deinen eigenen Animationsfilm drehst. Dazu öffnest du zunächst einmal die App auf deinem iPad. Du gelangst direkt in die Projektübersicht, in der du zum einen bereits erstellte Videos sehen kannst und zum anderen die Möglichkeit hast, ein neues Projekt anzulegen. Bevor du startest, zwei kleine Tipps vorweg. Achte darauf, dass dein Tablet gut fixiert auf das Set ausgerichtet ist. Es darf sich während deiner Arbeit nicht bewegen, sonst wird der Film verwackelt. Am besten verwendest du dafür ein Stativ oder eine andere selbstgebaute Konstruktion. Achte auch auf die Lichtverhältnisse, denn wechselndes Tageslicht oder den von den Beteiligten geworfene Schatten sieht man sonst auch im Film wieder. Da Fotos das Kernelement von Stop Motion Film sind, beginnst du mit den Fotoaufnahmen. Hierzu drückst du auf den roten Aufnahme-Button hier rechts im Bild und machst ein Foto. Dann veränderst du die Ausgangslage ganz wenig, bewegst das Objekt etwa ein paar Zentimeter und schießt wieder ein Foto. Je kleiner die Veränderungen zwischen den Fotos, desto flüssiger die finale Animation. Wirklich flüssig heißt bei Bewegtbildern rund 25 Bilder pro Sekunde, was in unendlich viel Arbeit ausartet. Am besten, du testest anfangs kurze Sequenzen von 10 bis 15 Bildern. Damit bekommst du schon ein recht flüssiges Ergebnis. Die Transparenz-Funktion an der linken Seite hilft dir dabei, die letzte Position deiner Figur zu sehen. Hier lässt sich die Intensität des Effekts einstellen. Du kannst auch die Raster-Funktion aktivieren. Das hilft dir dabei, die Kamera geradeaus zu richten. Über dem roten Aufnahme-Button siehst du dieses Timer-Symbol, über das du die automatische Aufnahme-Funktion aktivierst. Du kannst also zum Beispiel entscheiden, dass die Kamera alle 2, 3, 4 oder 5 Sekunden automatisch ein Foto macht. So kannst du dich auf das Bewegen deines Objektes konzentrieren und verhinderst Wackler am iPad. Über dieses Symbol auf der rechten Seite kannst du noch mehr aus deinen Bildern herausholen. Du kannst hier den Fokus und die Belichtung manuell einstellen. Denn standardmäßig ist hier der Auto-Modus eingestellt. Die Kamera passt in dieser Einstellung die Schärfe und Helligkeit automatisch an. Bei Stop-Motion kann das manchmal zu Lichtflackern und ungewollten Schärfeveränderungen kommen. Überprüfe also, ob es hier besser sein könnte, dies manuell einzustellen. Wenn nötig, kannst du mit der Zoom-Funktion in die Szene hineinzoomen. Dadurch verlierst du allerdings an Bildqualität. Setze sie also nur ein, wenn es nicht anders geht. Wenn du ein paar Bilder gemacht hast, kannst du sie dir über den Abspiel-Button ansehen. Wenn du feststellen solltest, dass die Bewegung deines Objektes noch nicht flüssig genug sein sollte, gehst du auf das Zahnrädchen. Dort kannst du die Abspielgeschwindigkeit erhöhen. Das bedeutet, dass du die Geschwindigkeit änderst, in der deine Bilder wiedergegeben werden. Des Weiteren hast du in diesem Einstellungsmenü die Möglichkeit, Blenden zu setzen und das Seitenverhältnis anzupassen. In der Regel kannst du hier das Standardverhältnis von 16 zu 9 belassen. Über dieses Symbol kannst du deinen Clip in einen Schwarz-Weiß-Film verwandeln. Und du kannst die Bildqualität wählen, in der du deine Bilder aufnehmen möchtest. Beachte hier, dass diese Einstellung nur neue Bilder betrifft und keine Bilder, die du bereits aufgenommen hast. Und zu guter Letzt hast du noch ein paar Wiedergabemöglichkeiten. Die interessanteste Einstellung ist, dass du deinen Clip zum Beispiel als Schleife abspielen kannst, um daraus ganz schnell und einfach ein Gift zu erstellen. Die kurzen Mini-Animationen können hervorragend genutzt werden, um im Unterricht komplizierte Sachverhalte darzustellen und sie können auch von Schülerinnen und Schülern so ganz einfach erstellt werden, um zum Beispiel Vokabeln zu lernen oder chemische Reaktionen zu erklären. Solltest du einmal vergessen haben, wo du welche Einstellung findest, hilf dir ein Klick auf das Fragezeichen und du weißt sofort wieder, wo es lang geht. Wenn du fertig bist und deinen Film exportieren möchtest, gehst du hier links über diesen Pfeil zurück in den Projektordner, wählst mit einem länger gedrückten Klick deinen Film aus und kannst ihn über den Pfeil und Teilefilm in deinen Dateien sichern. Das Video wird dann automatisch als MOV-Datei gespeichert und du kannst es im Anschluss in iMovie vertonen.